Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Bilg. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 46 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 700 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017